Ah, dann hat er weggefused, schon mal ganz gut. Jo, meine Damen und Herren, willkommen zu einer Folge... Rainbow Six, was seit Ewigkeiten nicht mehr gekommen ist, auf der University, Bartlett University. Ich spiele Jäger, es ist Secure Area und ihr glaubt nicht, was mir gerade passiert ist. Ich habe gerade eben ungefähr eine Viertelstunde, die Aufnahme geht jetzt genau 15 Minuten, habe ich jetzt versucht, ein Spiel zu finden. Ich bin entweder in laufenden Matches gekommen oder in Matches, die gerade zu Ende sind oder ich kam in eine Lobby, wo kein Mensch gefunden wurde. Dann bin ich irgendwann in so ein Viererteam von Deutschen gekommen, war dann der fünfte Mann. Wir haben nicht einen Gegner gefunden. Ich denk so, geil, gut, wartest du halt fünf Minuten, wenigstens sind wir dann Full-Team. Ich warte, 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 irgendwie nichts passiert. Irgendwann war es mir zu doof, dann bin ich rausgegangen, bin dann wieder reingegangen, also hab dann wieder gesucht und bin jetzt im Gegnerteam. Das sind nämlich die vier Gegner da unten. Hier der Panzerwart, der Braddock, die ganzen Leute da. Ich glaub's einfach nicht, dass ich so viel fucking Pech hab, ey. Es ist unglaublich. Die letzten Tage sind echt nicht meine Tage, ganz ehrlich. Alles führen. Arrnuss. Ja, A-R ist schon richtig. Arr-nuss. Arr-nusse. Ja, einer von uns ist schon tot. GG. Die kommen von der Südseite. Wenn ich jetzt übelst die Klatsche kriege, ne? So, einen hab ich. Digga, warum sind hier denn alle Fenster zu? Alle Türen? Was mich so grad ein bisschen abfuckt. Die Gegner haben draußen die Kameras kaputt gemacht, ja. Das heißt, die kommen vielleicht auch durchs Museum. Das wär definitiv kacke. Oder durch den Dropper. Ja, gehört haben sie mich definitiv. Scheiße. Das Ding ist, es ist halt immer recht schwer gegen einen Clan zu spielen. Weil... Die sich natürlich ein bisschen besser absprechen als wir. Ja. Aber vielleicht funktioniert das ja trotzdem. Ich bin so ein bisschen ruhiger grad, weil ich... ... bisschen hören möchte, wo die... ... Gegner langlaufen. Ich weiß nur, was sie machen. Haaaah. Upperside. Ich hab' ich grad' verjagt. Ich hab' mich grad' verjagt. Ich hab' mich richtig erschrocken gerade mit den Granaten. Digga, was geht nicht alles in die Luft? Ich weiß noch nicht, ob die Gegner unten oder oben sind, ey. Oh, ich bin grad' echt so ein bisschen nervös. Hä? Von wo? Warum callt denn keiner, dass das Fenster da offen ist? Ja. 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 Ich hab' den auch aufgemacht. Warum auch immer. Och, Digga. Einer hat er weggefused. Schon mal ganz gut. Warum auch immer der eine da die ganze Zeit so komisch gepickt hat. Ups. Der ist da hinten. Ah. Ich glaub' ich kann... Okay, da ist auch keiner hinter. Ich könnte nächstens noch versuchen... Na, okay, warte mal. Da ist auch keiner. Nach dem Buchschiff. Weg. Na! Okay. Gutstum. Na ist da? Tja. pourrait. Oh, er kommt aus den Städten. Das Ding ist, mein Team kommt halt immer auf die Idee zu reinforcen, ne? Warum auch? Bring doch eh nix. Als ob Wende verstärken so sinnlos ist oder so. Please stand up, please stand up. Ich guck mal, ob ich von hier hinten vom Fenster aus runter gucken kann und da einen holen kann. Spiel mir mal a little more aggressive. Haupteingang sind die gar nicht? Doch, da sind sie. Main entrance, äh, two, three guys, four guys. Die sind halt unter mir, wenn ich jetzt... Ah fuck, das ist kacke, wenn ich jetzt das Fenster aufmache, dann wissen sie, dass ich hier bin. Das ist keine gute Idee. Vielleicht kommen sie ja hier durchs Fenster rein und ich kann abaimen. Das, die Kamera ist immer noch nicht down. Oh, okay. Einer ist rechts vom Fenster. Ach, der ist direkt neben mir leider. Wo ist der fünfte? Einer ist auf dem Fenster. Einer ist auf der Fenster. Einer ist auf der Fenster. Ach, der ist wahrscheinlich schon oben. Der im Fenster wird auch irgendwie vielleicht rumgekommen sein oder so. Ne, noch nicht. Okay, das war Thatcher. Thatcher kam von hinten. Okay, einen konnte ich holen. Digga, der Fuse hat gerade noch bei der Bombe gefust und war auf einmal hinter mir oder wie? Aber falls euch die Folge gefallen hat, daumen nach oben und schaut bei den anderen vorbei. Kappa, tschüss.